Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel des VfL Bochum 1848 gegen Borussia Dortmund. Endstand vor 13.799 Zuschauern im Bono Verro Stadion 1 zu 1. Bei mir auf dem Podium beide Trainer, Alexander Zickler für die Gäste aus Dortmund und Thomas Reis, unser Chefcoach. Und wie immer gehört dem Gast das erste Wort. Herr Zickler, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, wir hätten uns natürlich gerne ein anderes Ergebnis, ein anderes Endergebnis gewünscht auf jeden Fall. Wir hätten gerne die drei Punkte mitgenommen, weil es einfach sehr, sehr wichtig gewesen wäre jetzt für die kommende Woche, beziehungsweise auch natürlich, um oben bei den Bayern dran zu bleiben. Aber grundsätzlich muss man sagen, es hat die Mannschaft ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht gegen einen leidenschaftlich verteidigenden Gegner, Bochum, die das auch richtig gut gemacht haben. Und dann auch, ich sage mal, mit ihrer ersten Umschaltsituation dann auch erfolgreich gewesen ist. Und dann wird es schwierig. Dann haben sie es gut nach hinten verteidigt. Wir sind angelaufen, haben sehr, sehr viele Chancen gehabt. Und ja, hätten vielleicht früher den Ausgleich machen können, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen einfacher geworden. Aber wie gesagt, nochmal, die Mannschaft hat alles probiert, alles gegeben und hat sie leider am Ende nicht belohnt. Vielen Dank. Thomas, dein Kommentar zum Spiel bitte. Erstmal schönen guten Abend. Wir sind absolut glücklich, natürlich, dass wir, weil ich ja von einem Bonusspiel gesprochen habe, dass wir auch einen Bonuspunkt mitgenommen haben. Wir haben gesehen, dass Dortmund eine Riesenqualität hat. Sie haben uns versucht, von Anfang an nur Druck zu setzen. Wir haben, ja, in der ersten Halbzeit fand ich das nicht ganz so optimal gelöst. Wir haben Dortmund ein paar Gelegenheiten gegeben, teilweise durch eigene Fehler, weil wir wussten, wenn wir hinten klein, klein spielen, dass dann der Gegner darauf wartet, dass wir ein gutes Pressing haben. Und so kamen ein, zwei Situationen dann zustande. Wir selbst im Ballbesitz wollten eigentlich in die Tiefe kommen, was wir in der ersten Halbzeit nicht ganz so gut gemacht haben, weil wir ständig hingegen gekommen sind, statt einmal tief. Einmal haben wir es gemacht und dann entsteht dann daraus der Elfmeter, wo du dann irgendwo glücklich mit einzelnen Führungen gehst. Dann in der zweiten Halbzeit hat man von Anfang an gemerkt, dass Dortmund definitiv das Spiel gewinnen will, dass sie von Anfang an weiterhin Gas gegeben haben. Und im Moment ist es bei uns halt so, dass du in den Situationen auch das nötige Spielglück hast, dass die Jungs absolut eine super Mentalität an den Tag gelegt haben, dass die ganze Mannschaft gefeiert hat. Und irgendwo haben wir dann den Punkt aufgrund der Mentalität, nehmen wir den sehr, sehr gerne mit, haben wir den auch verdient. Natürlich vom Spielerischen her war uns Dortmund überlegen. Jede Statistik für die Statistiker ist klar, dass Dortmund auch da überlegen war. Aber das ist mir heute auch völlig egal, weil ich absolut stolz auf die Mannschaft bin, dass sie versucht haben, ein Derby super zu spielen, die Zuschauer mitzunehmen. Und wir nehmen den Punkt gerne mit. Danke. Besten Dank. Da ich nicht alle Teilnehmer, die derzeit noch auf der Tribüne oder anderswo sitzen, sehen kann, bitte ich um eine virtuelle Hand, wenn Fragen eurer oder ihrerseits an die Trainer da sind. Jawohl, da kommen die Hände. Joachim Droll von der BILD macht den Anfang. Ja. Hallo zusammen. Thomas, du hast es gerade schon angesprochen, dass dir die Statistik egal ist. 15 zu 0 Ecken für den Gegner. Allerdings eine Statistik habt ihr gewonnen und das waren die unentscheidenden Zweikampfwerte. Wie viel Prozent, würdest du sagen, Leidenschaft und wie viel Prozent Glück waren das denn letztlich dann heute auch? Ach, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber es ist ja klar, wenn Dortmund und ich habe ja gesagt, sie haben ein super Passspiel, sie haben ein super Positionsspiel, dass du da mehr in die Zweikämpfe kommst. Und da ist es dann schon sinnvoll, dass du auch in der Defensive mehr Zweikämpfe gewinnst. Und da hätte ich auch schon ein Problem mit meinen Defensivleuten. Weil in der Offensive gehst du Risiko und im Normalfall gewinnt der Verteidiger von zehn Zweikämpfen mindestens acht. Und das war heute einfach der Fall. Wir waren in der Defensive gezwungen. Das haben wir gut gelöst. Und ja, damit bin ich auch froh, dass wir auch viele Zweikämpfe für uns entschieden haben, was sehr, sehr wichtig war. Sebastian Wessling von Funke ist der Nächste. Ja, die Frage richtet sich an Alexander Tickler. Welchen Vorwurf kann man denn der Mannschaft heute überhaupt machen, abgesehen davon, dass sie den Ball halt nicht oft genug ins Tor untergebracht hat? Ja, es ist gar nicht so einfach. Wirklich, also so richtig Vorwürfe kann man der Mannschaft nicht machen, weil sie hat bis zur letzten Minute alles dafür getan, um diese drei Punkte zu holen. Ja, aber schlussendlich gehören die Tore einfach dazu. Und da haben wir eins zu wenig gemacht. Und es war nicht ganz einfach, weil du musst so eine gute Balance finden, sehr zielstrebig nach vorne zu spielen, mit Risiko. Aber natürlich auch das starke Umschaltverhalten von Bochum versuchen zu kontrollieren. Und wie gesagt, wir haben es gut gemacht über weite Strecken des Spiels. Und schade, dass sich die Jungs nicht belohnt haben. Cedric Gebhardt von den Ruhr-Nachrichten. Meine Frage schließt sich ein bisschen daran an. Julian Brandt hat bei den Kollegen von Sky gesagt, du musst das Tor auch machen wollen. Wenn du mit der richtigen Überzeugung dahin gehst, machst du es vielleicht auch. Ist die richtige Überzeugung oder fehlte Überzeugung der Erklärungsansätze oder haben Sie noch andere Erklärungsansätze? Ja, ich glaube, heute ist so alles so ein Stück weit dazugekommen. Sehr, sehr guter Schlussmann, sehr guter Tormann. Leidenschaftlich sich in die Schüsse werfen in Bochum. Vielleicht ein bisschen Pech. Aber vielleicht auch in der einen oder anderen Situation die fehlende Konsequenz. Und an dem musst du einfach arbeiten, gierig zu sein. Und dann vielleicht auch mal so ein Tor wirklich mit absolutem Willen zu erzwingen. Kilian Gaffrey von der Bild. Auch eine Frage an Alexander Zickler zur Arbeitsteilung heute an der Seitenlinie. Es gab immer wieder den Wechsel mit René Maric. Warum? Also war das spontan oder war das vorher so besprochen? Und wie lief die Kommunikation mit Marco Rose? Ja, wir sind natürlich ein Trainerteam, das zusammen vorbereitet und zusammen auch so etwas durchzieht. Marco und wir als Team haben uns gut vorbereitet auf den Gegner. Es sind schon viele Dinge durchgegangen vor dem Spiel. Und auch bis zu dem Zeitpunkt, wo Marco noch durfte, hat er damit eingewirkt. Und danach haben wir uns das alles so ein bisschen geteilt. Und ich glaube, wir sind da ganz gut damit gefahren. Und ja, jetzt kommt Marco halt dann irgendwann wieder dazu. Stefan Döring, Rheinische Post. Eine Frage an Herrn Reis. Herr Reis, 20 Punkte nach 15 Spieltagen. Jetzt noch zwei Spiele bis Weihnachten, beziehungsweise in diesem Jahr generell. Was ziehen Sie so für ein Zwischenfazit bisher? Und ja, was erhoffen Sie sich von den beiden Partien jetzt gegen Bielefeld und Union? Wenn einer vor der Saison gesagt hätte, wir haben weitere Möglichkeiten, unser Punktepolster auszubauen. Dass so nach 15 Spielen mit 20 Punkten dasteht. Ich weiß nicht, wer darauf gewettet hätte. Für mich war wichtig, dass sich die Mannschaft anpasst an die erste Liga. Wir haben ja auch schon viel Lehrgeld bezahlt. Wir haben uns komplett stabilisiert. Wir haben tolle Fans im Rücken. Wir sind ja schon ein bisschen Heimmach geworden. Und das alles zusammen bin ich natürlich einfach stolz und glücklich, dass es im Moment sehr, sehr gut läuft. Deswegen hast du auch dieses Spiel vielleicht heute in diesem Spiel gepunktet. Weil halt im Moment auch so das Glück auf deiner Seite ist. Und wir wollen schauen, dass wir die nächsten zwei Spiele noch nutzen, um wie gesagt noch ein paar Punkte zu sammeln. Aber ich glaube, man kann jetzt schon von einer gelungenen Bundesliga-Rückkehr sprechen. Aber die 20 Punkte werden definitiv nicht reichen. Und deswegen werden wir weiter Gas geben. So, jetzt ist die Stummschaltung weg. Noch eine Frage an Herrn Zickler. Raphael Guerreiro wurde wieder kurzfristig mit muskulären Problemen zu draußen geblieben. Vielleicht können Sie ein bisschen was dazu sagen. Was hat er? Ähnliche Probleme wie sonst? Er hat es gestern im Abschlusstraining probiert. Und hat aber dann gleich signalisiert, dass es nicht geht, dass er noch Probleme hat. Und wie weit sind Probleme für die nächsten Spiele? Wir haben noch zwei Spiele, deswegen auch kein Risiko. Und deswegen haben wir gesagt, naja, macht er jetzt Pause und schauen dann für die nächste Woche. Sebastian Wessling? Ja, ebenfalls mit einer Frage noch einmal an Alexander Zickler. Es hat sich im Spiel so ein bisschen, war so eine leichte Asymmetrie zu sehen. Das Magnus Wolf hat seine linke Seite sehr konsequent gehalten. Auf der rechten Seite, da waren irgendwie sehr, sehr viele innen unterwegs. Und die hat eigentlich Thomas Meunier über weite Teile allein beackert. War das so geplant oder hat sich das für den Spielverlauf so ergeben? Ja, es war schon ein Stück weit geplant. Schutt ist jetzt kein richtiger Flügelstürmer, sondern er fühlt sich dann im Zentrum wohl. Er war derjenige, der dann auch immer ein Stück weit eingerückt ist. Und Marius hat uns dann eher die Breite gegeben und die Tiefe gegeben. Und so ist dann auch diese Staffelung zustande gekommen. Da ich aktuell keine weiteren virtuellen Hände sehe, gehe ich davon aus, dass es es nicht. Sebastian Wessling? Ja, dann würde ich noch einmal eine Frage stellen an Thomas Reis. Einzelkritik macht man ja als Trainer vielleicht nicht immer gerne, aber Manuel Riemann, der hat heute eigentlich so die gesamte Bandbreite gezeigt zwischen einmal Wahnsinn, als er den Ballpass verteidigt, oder ein sehr viel Genie, als er mehrfach überragend hält, wie ich finde. Wie haben Sie seine Leistung gesehen? Ja, wir sind natürlich froh, dass er zurückkehren konnte. Wir haben ja gesagt, er hat eine kleine Verletzung aus dem Leverkusen-Spiel mitgebracht und da war das Freiburg-Spiel. Schon die Überlegung, vielleicht ihm die Pause zu geben. Jetzt haben wir es gegen Augsburg gemacht und im Nachhinein sind wir froh, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Und wir wissen, was Manu kann, dass sein Spiel auch sehr risikoreich ist. Ich finde, trotzdem hat er auch eine tolle Entwicklung genommen, ist wesentlich risikoarmer geworden, weil in der ersten Liga werden Dinge brutal bestraft und gerade gegen Borussia darfst du so gut wie gar keine Fehler machen. Und ich fand die Leistung sehr, sehr gut und möchte aber auch die ganze Mannschaft, wie gesagt, von der Einstellung her heute definitiv als Mannschaftsleistung hervorheben. Das scheint jetzt noch einiges Interesse geweckt zu haben. Cedric Gebhardt. Ja, ich möchte noch mal kurz zu Ed Ziegler gehen. Marius Wolff hat ja das vermeintliche 1 zu 1 gemacht, Jude Bellingham, sondern irgendwie die Sicht verdeckt haben. Wie haben Sie die Szene erlebt und wie bewerten Sie die Szene? Ja, ich habe es mir jetzt noch nicht gesehen, aber der vierte Offizielle hat das dann versucht oder hat es gut erklärt. Und es gibt ja eine Regel, auch wenn, glaube ich, da nichts zu halten gewesen wäre, aber er stand halt im Sichtfenster und deswegen wahrscheinlich auch zu Recht abseits. Max Backhaus von der BILD. Herr Thomas, Leipzig hat heute 90 Minuten bei seinem Startelf-Comeback gespielt, hat das auch mit Masowitsch gemeinsam sehr gut gemacht. Wirst du ihn bis Dienstag in Watte packen oder überlegst du auch zum ja auch nicht ganz unerfolgreichen Duo mit Nampropoulos zurück zu rotieren? Ja, ich bin froh, dass ich überhaupt solche Entscheidungen treffen kann. Das habe ich ja auch im Vorfeld gesagt, weil Leicci ist lange weggebrochen. Die Überlegung war einfach heute, gerade gegen Erling Haaland nochmal Tempo mit reinzubringen und das hat, fand ich, sehr, sehr gut funktioniert. Natürlich ist es so, dass er lange raus war. Wir haben auch am Dienstag wieder ein schweres Spiel und da mache ich mir dann ab morgen Gedanken drüber. Aber es würde nichts dagegen sprechen, dass er das nochmal schafft. Aber wir haben mit Wasi auch einen Spieler, der ihn jederzeit ersetzen kann und da mache ich mir, wie ich gerade gesagt habe, ab morgen Gedanken drüber. Die letzte Frage kommt von Stefan Döhring, Rheinische Post. Herr Reitz, ich möchte gerne nochmal dran anknüpfen. Sie haben gerade gesagt, die Bundesliga-Rückkehr wäre bisher gelungen. 20 Punkten ist man noch nicht am Ende. Der VfL ist so ein bisschen die Überraschungsmannschaft dieser Saison. Spätestens nach dem Spiel haben Sie da Angst. Dass es mit der Überraschung, dass das VfL ein bisschen vorbei ist und die Rückrunde oder die nächsten Spiele durchaus schwerer werden könnten, weil sich die Gegner inzwischen darauf einstellen, wie sie spielen? Ja, das ist ja immer so eine Sache. Ich finde trotzdem, dass wir jetzt noch zwei Spiele haben, wo wir natürlich noch Punkte sammeln wollen. In der Rückrunde geht es dann los, dann geht es dann gezielt für manche Mannschaften um die Meisterschaft. Für uns geht es weiterhin gezielt, die Klasse zu halten. Da mache ich mir überhaupt keine großen, negativen Gedanken darüber. Ich bin einfach froh, dass wir da angekommen sind. Und ich habe ja auch gesagt, schon hundertmal, und es wird auch weiterhin so sein, dass wir ein sehr, sehr kleines Budget haben, dass wir es versuchen, im Rahmen unserer Möglichkeiten ganz gut hinzubekommen. Das klappt im Moment, aber wir werden weiterhin Gas geben. Und ich bin froh, dass ich, so wie gerade jetzt auch gesprochen mit der Innenverteidigung, dass ich auf vielen Positionen Alternativen habe, die einfach in die Mannschaft reindrängen. Und ich glaube, wenn das so bleibt, kann es auf jeden Fall ein Pluspunkt für uns sein, dass wir hoffentlich in der Rückrunde, wir haben jetzt zwar noch zwei Spiele, aber jetzt haben wir in den nächsten Spielen noch ein paar Punkte sammeln. Nachdem ich jetzt gerade die letzte Runde eingeläutet habe, muss die Frage von Max Backhausen Knaller sein. Das frage ich mal ganz provokant. Und ihr seid jetzt ein Punkt hinter dem Conference-League-Platz. Schaut ihr wirklich nur nach unten oder auch ein bisschen nach oben? Das geht mir alles immer zu schnell. Nochmal, wir haben 20 Punkte, die reichen nicht um unser Ziel. Und ich bleibe dabei, für mich wäre es vor der Saison ein Wunder, wenn wir die Klasse halten. Wir arbeiten an diesem Wunder, wir haben eine gute Ausgangsposition. Und wir wollen einfach nur Punkte sammeln, weil, so wie wir sagen, wenn die nächsten zwei Spiele in die Hose gehen, dann ist wieder alles zu Tode betrübt. Das wollen wir nicht. Wir schauen von Spiel zu Spiel. Und wenn uns das gelingt, dann kann man irgendwann mal vielleicht sagen, okay, vielleicht ist noch ein oder zwei Tabellenplätze mehr drin. Aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir irgendwann 15er sind und dadurch die Liga gehalten haben. Das ist das primäre Ziel. Besten Dank fürs Interesse, für die Fragen. Den Gästen aus Dortmund eine gute und kurz und knackige Heimreise. Zwei Spiele stehen noch an. Nächste Woche in Bielefeld. Und in sieben Tagen sehen wir uns dann hier schon wieder, wenn Union Berlin kommt. Schönes Wochenende. Und in sieben Tagen sehen wir uns dann hier schon wieder. Ich warнал leafär dev window. Dass wir nicht wieder von, ...